Alexander Gorbunov 124 x 175 Meter Relief mit einer leichten Neigung zum See Das Gelände ist eingezäunt und teilweise erschlossen Auf dem Gelände ist ein Wohngebäude registriert, sodass es auch unter Verwendung von Hypothekengeldern und Mutterschaftskapital gekauft werden kann Das heruntergekommene Haus muss renoviert werden Es gibt viele Obstbäume, Waldbäume und Büsche auf dem Gelände, es gibt auch eine mehrjährige Eiche Nachbar nur auf zwei Seiten Auf der Rückseite des Geländes befindet sich ein kleiner Hain, hinter dem sich unmittelbar ein Ausgang zum See befindet Das Haus hat Strom, in naher Zukunft wird das Hauptgas an das Nachbardorf Obischewo geliefert Mobilfunk und mobiles Internet sind hier gut Es gibt keine zweckgebundenen Beiträge, das Gelände gehört zum Dorf, es ist Gegenstand des individuellen Wohnungsbaus Mit dem Auto erreichen Sie in 30 bis 40 Minuten die nächstgelegenen Städte Alexandrov, Sergiv, Posat und Perelavils-Aleski Die Bushaltestelle Obischewo befindet sich nur 10 Minuten vom Standort entfernt Dann können Sie mit dem Bus zum Busbahnhof der Stadt Alexandrov gelangen Dokumente, das Land und das Haus sind in Privatbesitz Es gibt kein Eigentum oder rechtliche Belastungen Die Dokumente sind bereit für einen Deal Verschieben Sie Ihr Leben nicht vor morgen, rufen Sie mich noch heute an und ich werde Ihnen diese Seite gerne zeigen Und ich werde Ihnen diesen Busch grubben perché es ist ein Schmerz und ich werde Ihnen diesen Busch grubben Folgend